Hallo meine Damen und Herren, es gibt schon wieder ein Update. Und meine Backe ist dick wegen dem Weisheitszahn, der gezogen wurde. Ich weiß, im Moment geht es fast nur um Updates bei mir, weil halt die Wolves ständig was rauskloppen. Und sie haben mir sogar seit dem letzten Video zwei neue Updates gebracht. Dude, gucken wir uns die Sache mal an. Let's go. So, willkommen, du bist Kandidat. Gewinn dir die Runde, bekommst du 100 Euro. Sag mal was? Nee. Das letzte von mir gecoverte Update war das hier unten. Und jetzt kamen zwei Updates nachgereicht. Und zwar am 11. und heute am... Ich schwöre euch, gerade eben schaut er noch 14. Sollen wir wollen mich verarschen? Naja, wir fangen von oben an und gehen einfach wieder nach unten durch. Zuallererst wurde die Pips-Only-Option wieder hinzugefügt. Das heißt folgendes. Ich habe jetzt hier meinen Mate, den Bot Opie, und den kann ich durch die Wand sehen. Waffe, Name, Leben und diesen Pip. Mit dem neuen Befehl kann ich die ganze Sache jetzt auch runterschrauben. Wir sind jetzt gerade in Modus 3. Ich gehe mal in den Modus 2. Uh, die Waffe ist weg. Ich gehe mal in den Modus 1. Jetzt ist nur noch dieser Pimmel da. Ich glaube, das war früher irgendwann schon mal nutzbar in Go, aber ist viele, viele Jahre her. Und das ist doch schon sehr schön, sehr schlank. Wir kennen alle den Moment, wenn dieser riesen Klopper plötzlich genau über einem Feind steht, weil der Mate weiter hinten dran ist und man dann verrafft, dass es ein Feind ist für eine halbe Sekunde und deswegen dann stirbt. Vielleicht macht das dieses Teil alleine etwas besser. Aber für alle, die auf jeden Fall Wert darauf legen, so wenig Informationen wie möglich auf ihrem Screen zu haben, für die ist es natürlich schon eine schöne Neuerung. Ich werde es vorerst mal auf 3 lassen und dann gucken, wie ich damit weiter verfahren werde. Oder wisst ihr was? Ich glaube, ich mache 2, weil ihr es seid. Let's go. Als nächstes wurde die Bombeninteraktion mit dem Wasser auf Overpass gefixt. Ich meine, mich erinnern zu können, dass die Bombe im Wasser so komisch geschwabbelt ist. Nicht überall, aber wenn man sie auf gewisse Bereiche gelegt hat, hat sie einfach angefangen, so richtig krass abzuzappeln. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Auf Nuke wurde eine Lücke bei B gefixt. Diese Lücke konnte ich aber nicht finden. Im Hauptmenü gab es Lightning Bugs, die jetzt gefixt wurden. Habe ich auch nicht mitbekommen. Die Bots haben sich mitunter über einen gewissen Bereich zu Leitern hin teleportiert, wenn sie diese benutzen wollten. Ist jetzt nicht mehr der Fall. Und es gab noch Localization Updates. Hier bei diesem Update sind die ersten beiden Punkte nice und der Rest ist halt auch dabei. Und jetzt kommen wir zum nächsten Update vom 11.6. beziehungsweise 12.6. Bei Animation wurden Waffenanimationen während des Nachladens gefixt. Ich hatte bei der Glock mal einen Reload-Fehler, dass der Reload einfach mittendrin abgebrochen hat. Also Animationstechnisch, aber die Waffe nachgeladen war. Das hatte ich einmal. Der nächste Punkt wiederum, das ist sehr, sehr wichtig. Der Ingame-Voice-Chat wurde weiter gefixt. Vor einigen, ich glaube mittlerweile Monaten, mussten sie hier schon dran, weil man beim Push-to-Talk-Benutzen einfach komplette Stotterei im Spiel hatte. Also man hat sehr viele Frames verloren. Das wurde vor Wochen schon gefixt, aber wohl nicht richtig. Und jetzt haben sie es wohl weiter gefixt. Aber hier habe ich schon gehört, dass man sich dennoch mitunter Ingame nicht hören kann. Und man musste Spiel neu starten, damit das geht. Also irgendwie sind sie hier nach wie vor ein bisschen lost. Das Gestottere ist wohl weg, dieser Frame-Einbruch. Aber ja, bei manchen scheint es jetzt gar nicht zu gehen, dass man sich hört. Am Netzwerk haben sie auch weitergearbeitet. Und kurz gesagt wurden hier einfach die Zeiten, in denen die User-Commands an den Server geschickt werden, verkürzt. Also das, was ihr macht, sollte jetzt noch schneller an den Server geleitet werden. Und es sollte sich somit noch besser anfühlen. Wir haben jetzt gestern auf eSportle gespielt. Da weiß ich nicht genau, ob das dafür auch zählt. Aber heute werden wir wieder ins ganz normale Premiere rein. Dann werden wir mal gucken, ob es sich anders anfühlt oder besser. Und wo wir gerade bei eSportle sind, ganz kurz aktuell, gibt es noch die Superdays. Bis Sonntag, glaube ich. Bis zum 16. Juni. Da könnt ihr drauf rumzocken und tolle Drops erhalten. Den Link zu eSportle findet ihr in der Videobeschreibung. Und vergesst nicht, heute im Stream vorbeizukommen. Da gibt es nämlich die AK-47-Kartell für euch zu gewinnen. Let's go, 20 Uhr geht's los. Und schon sind wir am letzten Punkt angekommen. Und zwar wurde im Hut auch noch was verändert. Diese neue Lebensanzeige der Mates ist jetzt auch auf niedriger Auflösung besser zu erkennen. Also overall keine wirklich wichtigen Updates, beziehungsweise zu einem kleinen Teil sind ein paar sehr starke Update-Teile mit dabei. Und der Rest ist halt irgendwie so, naja, weiß ich jetzt nicht, ne? Es sind halt overall so Quality-of-Life-Updates, die natürlich auch sehr wichtig sind. Das Spiel wird dadurch immer besser. Aber es ist auch nichts bahnbrechendes dabei. Und die wirklich bahnbrechenden Dinge, die aktuell laufen, wie halt Trust Factor, der wieder deutlich angezogen hat. Und auch der Kampf gegen Cheater. Das machen die Volvos halt so wie immer hinter unserem Rücken. Aber dazu gibt es aktuell von den Dataminern auch nichts Neues. Also bei dieser Anti-Cheat-und-Trust-Geschichte. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und würde dann hier einfach schon durchziehen. Kurzes Video, aber das passt mir gerade, weil dann kann ich mir noch ein bisschen ausruhen. Zwecks Fettbacke hier, weil um 20 Uhr ist dann sowieso wieder Livestream. Und dann bin ich ja wieder für Stunden am Schnattern. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich im Stream. Denkt dran, die AK Kartell wird abgeholt werden. Und zu guter Letzt lesen wir noch die drei aktuellsten Kommentare rein. Es ist so edel, dass ihr so viel kommentiert. Vielen, vielen, vielen Dank. Einmal hier von Marcel. Ich habe auch das Gefühl, dass es besser geworden ist. Ich hatte fast zehn Spiele hintereinander, kein Spin-Botter mehr. Nur komplett reiste WH und Aimer. Aber auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das Spiel ist der erste an einem Jahr auf dem Markt. Da kann man über solche Startschwierigkeiten hinwegsehen. Mit einem Ausrufezeichen hinten dran. Ich nehme an, dass es ernst gemeint ist. Dann geht es weiter mit Heisaya-Jean. Etterdumbabla noch nie ein Live-Band gesehen. Und in 90% meiner Premium-Spiele ist mindestens ein Chester-Cheater. Teilweise vier bis fünf. Also bisher keine Besserung, hat er zweimal geschrieben. Ähm, ja, das klingt so, als wenn dein Trust-Faktor wirklich sehr, sehr schlecht wäre. Also wenn man sehr oft Cheater hat und man nicht gerade irgendwie auf 20, 21, 22.000 ELO spielt oder noch höher, dann, ähm, ja, würde ich mich auf jeden Fall um den Trust-Faktor kümmern. Und zu guter Letzt noch von Sepp, Sorsha. Ja, Operation wäre mega, aber erstmal nicht zu viel erwarten. Vollkommen richtig, ja. Wenn man zu viel erwartet, dann, äh, wird man nur enttäuscht. Ach komm, wir machen doch geschwinden Giveaways, wo es so schnell geht hier. Heute gibt es für euch eine Glock 18 Candy Apple in FN. Und die Frage ist folgende. Wie findet ihr eigentlich solche Clean-Skins, auf denen man mitunter natürlich auch so ein bisschen hier mit den Stickern arbeiten kann, wobei ich die jetzt nicht, äh, ne? Aber wie findet ihr solche einfarbigen oder maximal zweifarbigen Skins, die halt sonst nichts drauf haben? Gefallen die euch oder sagt ihr eher, ne? Haut es in die Kommentare, dann seid ihr automatisch beim Giveaway mit dabei. So, gut, ich mache jetzt hier den Deckel drauf. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Danke für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder jetzt gleich ab 20 Uhr heute Abend am Freitag im Livestream. Later! Bis zum nächsten Mal.